Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu L.A. Noire. Ich bin Dirty Harry und ich habe jetzt mal gerade wieder Lust, einen neuen Teil von L.A. Noire zu spielen. Den hat es wohl übel erwischt, ein Kumpel. Und das riecht doch schon ganz verdächtig nach unserem neuen Fall. Aber schauen wir mal kurz rein hier. Okay. Also werden wir uns mal dieser Geschichte hier annehmen. Und Coe Phelps ist schon wieder auf dem Weg mit seinem Partner. Wer weiß wohin es uns diesmal überall führen wird. Na komm Coe, lauf. Wir haben es eilig. Okay, du fährst hier. Es ist auch sicherer. Ich glaube ich baue hier doch zu viele Crashs und fahr zu viele Beulen ins Auto. Okay, dann werden wir mal sehen ob Phelps hier ein Deal aushandeln kann. Aber ich denke mal zunächst müssen wir uns um den neuen Fall kümmern. Denn irgendwo müssen wir in der Karriereleiter ja auch weiter aufsteigen. Schauen wir also, was uns jetzt gleich erwartet bei dem neuen Fall. Race Café. Ziemlich üble Uhrzeit. Ja, wir sind schon wieder alle an Bord hier. Gerichtsmediziner, Fotografen. Und eine Dame, die scheinbar unbeteiligt am Straßenrand steht. Ja, wir kommen doch schon. 24 Jahre alt. Sie ist in Kansas, um die Yellowbrick Road zu folgen. Ist das so? Wir nehmen uns ein formales Statement später. Jetzt werden wir uns umschauen. Okay. Also, fangen wir mal an, unsere Nase in alle Angelegenheiten zu stecken. Da haben wir erstmal einen schönen Hut. Ja, Phelps, wolltest du den vielleicht tauschen? Es sieht irgendwie aber nicht so aus. Kein Hinweis, kein gar nichts. Ein Hut geben. Aha. Okay. Gucken wir uns das Gesicht mal an. Eine halbe Gesichtsbremse, würde ich sagen. Was haben wir für eine Option? Ja, der wollte sich noch abstützen, glaube ich. Sieht aber nicht gut aus. Gucken wir uns den rechten Arm erstmal an hier. Auch da erstmal nichts besonders auffälliges, außer Abschürfung der übelsten Sorte. Okay Junge, zeig mir, was du in den Taschen hast. Ja. Ein blutverschmiertes Schriftstück. California Feuer- und Lebensversicherung. Ah. Aha. Aha. Ist ja interessant. Da ist doch die Lebensversicherung. Mhm. Ja gut, und dann haben wir natürlich auch gleich seine Adresse. Die steht da ja nun mal drauf. Das ist schon mal ganz gut. Gut. Okay. Was haben wir noch? Schauen wir in die andere Seite. Eine Brieftasche. Ein Führerschein. Lester Patterson. Männlich. Jawoll. We can notify next of can. Okay. So, wir haben hier ein paar Geldscheine. Leicht gut verschmiert. Ein paar Dollar. Nein, was anderes können wir uns hier nicht ansehen. Geben wir es dir wieder. Da brauchst du eigentlich nicht mehr. Aber ich glaube, andere Optionen haben wir auch nicht. Das ist schon mal interessant. Das ist schon mal interessant. Ja, den hat's ganz schön weggerissen, den Kumpel. Ja. Und der macht die Sauerei wieder weg. Da haben wir dann noch mehr Hinweise. Hier ist noch mal Blut. Das. Was sind das hier? Bremsspuren? Dann muss er ja noch mehr Speed drauf gehabt haben, Leute. Wenn der schon gebremst hat und ihn dann trotzdem noch so weggeschleudert hat. Hmm. Ja, ich möchte mich gerne hier noch ein bisschen umsehen. Wohl, es scheint hier nicht mehr allzu viel hinweise zu geben. Ah, ein netter Hemden. Vielleicht sollte sich der Kollege Forbes mal ein paar neue Klamotten besorgen. Dann gehen wir hier noch mal ein bisschen in der Seitengasse. Schnüffel. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Ein schickes Messer. Ah. Ja, aber sehr verdächtig. Hä? Okay, wenn wir jetzt schon hier sind. Aha, was ist das? Eine Zündkerze? Okay. Und die Pulle wird uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Was ich mir fast gedacht habe. Aber egal. Was, was, was? Halt. Was ist das? Ein Zigarettenpäckchen. Hmm. Ja, rauchen ist scheiße. Weg damit. Was liegt da noch? Von Natur aus neugierig ist Phelps. Eine leere Flasche. Nimm sie mit, vielleicht ist Pfand drauf Phelps. Jetzt haben wir hier ein Röhrchen. Ja, Phelps ist einer der neugierigsten. Also muss er natürlich auch hier rauf klettern. Wenn es irgendwo ein Rohr gibt, dann muss er da hoch. Wow. Nice. Hm. Gibt es hier irgendetwas zu sehen? Hoppa. Über den Dächern. Tja. Aber. Ich glaube, einen wirklichen Hinweis bekommen wir hier nicht. Tja, Phelps. Gehen wir erstmal wieder runter. Hier oben scheint nicht wirklich etwas zu sein. Komm, hopp. Schlitter dir die Schuhe wund. Bam. Okay. Hey. Ja, er ist schon ein sehr neugieriger Kollege, der Coe Phelps. Aber hier hinten ertönt auch keine Musik mehr. Also habe ich mal so die Vermutung, dass wir uns hier außerhalb des Suchgebietes aufhalten. So, jetzt werden wir erstmal mit der Lady quatschen, glaube ich, es sei denn. Nein, hier ist nichts mehr von Interesse. Also. Miss Perry? Ja? Ich bin Detective Phelps. Das ist mein Partner, Detective Bukowski. So. Shannon Perry. Augenfarbe blau. Haare blond. 24 weiblich. Augenzeuge der Fahrerflucht. Dann erzähl mir mal was. Kannst du uns erzählen, was passiert? Na, ich kam zu der Tür, weil ich, äh, ihre Leute argumentieren. Aha. Glauben wir dir mal. Dann, was ist passiert? Ich sah ein Auto, der den pooren Mann hat und ihn auf die Straße knackte. Ah ja. Gut. Sag mir mehr über das Argument, was du hörst. Na, es waren zwei Worte. Ein Mann und eine Frau. Das ist alles. Na, du weißt doch mehr, Mädel. Ja. 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 Na, das ist doch schon mal was. Ja. 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 Eine Zeitschrift. Ja. 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 Es ist gut. Sind Sie sicher? Kann ich ehrlich sein, Herr Dr. Dirk? Ich hoffe, dass ich so, Courtney. Ich hoffe, dass die Therapie mehr benötig ist. Die Verhandlung, unfortunately, kann sehr langfristig sein. So viele von den Patienten hier sind die Verhandlungen, Herr Dr. Viele von ihnen haben sie seit Jahren gearbeitet, Courtney. In der Vergangenheit, diese Leute waren in den Sanitoren. Wir können den Vorteil des Problems, wenn wir eine Chance haben, zu helfen. Und bis dahin, sie bleiben schädigt? Ich habe eine Begründung, Courtney. Ich habe noch mehr, Herr Dr. Entschuldigung, ich will nicht zu kritisieren. So, so, was gibt dir denn so einen Patienten? Na so, hm, okay, das zur Randgeschichte, aber wir unterhalten uns jetzt erst mal. Ich bin der Rundfell von LAPD. Wie kann ich helfen, Detective? Ihr Name wäre ein guter Start. Dudley Lynch. Ich habe ein Hilf, ich gehe den Ort, wenn die Körner nicht bei uns. Wo ist die Körner? Sie hat raus. Also, jemand muss Lorna und Mrs. Patterson nach Hause nehmen. Ein Verrückter hat eine Diskussion gehört. Lester und Lorna. Es gibt nichts wie mit deinem Schrauben in der öffentliche, ist das? Das glaube ich ihm. Also, was Lester drinking alone? No, he came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Hmm. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made them take it outside. It was pretty ugly. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't given too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Okay. Okay. Da jetzt da das Telefon aufleuchtet, denke ich mal, werden wir uns auch dahin bewegen. Telefonieren wir. Beziehungsweise Cole. Operator, give me R&I. Putting you through now. Dankeschön. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate. Three Charles eight. Crosscheck possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Okay. Wie kann die das so schnell in irgendein Papier listen? Only one possible make on that license. Registrated to a William Shelton. 738 West Temple Street. Ah. Thank you. Okay. Ich glaube, das ist einer Sprache. Das werden wir uns jetzt genauer anschauen, Leute. Junge, ich glaube, du hast schon ein paar Bier zu viel, so wie du aussiehst. Okay, gehen wir. Wo ist unsere Karre? Da hinten. Ja. Hoppi, hoppi, hoppi. Komm, lauf. Dann lassen wir unseren Partner doch mal wieder ans Lenkrad. Ja, da fahren wir jetzt erstes hin. Das interessiert mich. Immer auf direkten Weg ans Ziel. Los, gib Gas. Dann wird der ganzen Sache hier mal auf den Grund kommen. Schon sehr verdächtig, dass die beiden einen Streit hatten und er danach tot ist. Hm. Da steht doch schon ein Auto. Oh. Ein roter Lincoln Continental. Oh. Wer ist das? Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, wenn der mit Koffern kommt und wir da so lange rumstehen. Oh ja, das Ding hat eine tierische Beule. Das will so. Bleib schön stehen. Ah, no. Ich wusste es, Leute, ich wusste es. Das ist ein böser Bube. Und ich darf wieder Autofahren. Oh. Der fährt ja genauso bescheuert wie wir. Ah. Ah. Und wir haben so eine Krüppelkarre. Ah. Los. Cole, gib Gas. Schnapp dir den. Oh. Leute. Komm. Geh weg. Oh. Ich brech zusammen. Gib Gas, gib Gas. Oh. Ja. Ich pratze hier alles übern Haufen. Oh. Leute. Geht aus dem Weg. Ich bin im Einsatz. Los. Weg mit dir, du Hamster. Oh. Oh. Da kann er schier wahnsinnig werden. Ich komme um die Ecke. Weg, weg, weg. Ich muss den Lumpen kriegen. Der darf hier nicht ungestraft davon kommen. Oh. Dem habe ich doch schon die halbe Stuhlstange weggerissen. Dem müsste doch schon nächstes Eck wegfliegen. Ah. Ah. Junge. Oh. Nein. Komm. Fahr. Fahr. Oh. Phelps. Du bist ne Lusche. Okay. Oh. Ja. Ja. Ah. Ah. Ich glaube, der Fall ist noch nicht gelöst. Er hat den vielleicht überfahren, aber das heißt noch lange nicht, dass er irgendwo das absichtlich getan hat. Jetzt hören wir der Dame doch da auch mal ein bisschen auf die Füße treten. Und dann hat sie den Weg. Ja. Du bist richtig. Das ist ziemlich ungewöhn. Sie könnte in shock sein. Ich weiß, dass Leute Leute etwas strange tun in der Krieg nach dem Bruder sein können. Vielleicht. Vielleicht sie nicht schuldig. According zu den Patronen, ihr altes Mann war ein Stück von Arbeit. Du denkst nicht, Phelps? Der Mann war überraschend. So es funktioniert gut für diese Bräume. So was? Vielleicht sie verdient eine Bräume. Genau. Ah. Ich möchte das Ganze doch gerne weitergehend untersuchen. Nicht, dass hier der Fall einfach abgebrochen wird. Das wäre nicht in meinem und wahrscheinlich auch nicht in eurem Sinne. Also werden wir mal sehen, ob wir aus dieser Dame vielleicht noch das eine oder andere Wörtchen rausquetschen könnten. Aber erstmal müssen wir da ankommen. Aber unsere beiden Kollegen sind natürlich noch in L.A. unterwegs. Um die richtige Adresse zu finden. Ah ja. Nettes Haus. Schlicht und solide. Okay, Cole. Sei clever. Schau dich um. Was haben die denn so in ihrer Tonne? Nichts von Bedeutung. Gut. Hoppy, komm, lauf. Schnauze. Ein Pappkarton. Ja. Ein Grundstück. Aber nichts. Oh, was sind das für Leute? Kann man sich mit denen unterhalten? Nein. Die wollen nicht mit mir reden. Okay. Dann lass es bleiben. Ich bin mal hinein. Eine Autoritätsperson. Aber das stört ihn nicht. Okay. Also. Klopf, klopf. Wir sind nicht der Gasmann. Ja? Hallo? Mrs. Patterson. Ist das über meinen Schwester? Wir haben den Inzidenz, Frau. Ich sehe. Komm in, nicht wahr? Na? Die macht ja einen rechtlich angepissten Eindruck. Okidoki. Kannst du mir sagen, was passiert? Was zu sagen? Er wurde mit einem Auto getötet und jetzt ist er tot. Hehehehe. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe jemanden hier. Und ich... Mhm. Ah, ja. Ich denke mal mehr. Ja, das glaube ich auch. So, dann wollen wir mal hören. Na, Mädchen. Oh. Oh. Ich würde nur sagen, ich habe eine Exception zu seiner Idee. Mhm. Schauen wir uns die Lady an. Mhm. Die mag unsere Fragen nicht. Wie kam das Auto, Luster? Nein. 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 Ah, Moment. Da bin ich noch nicht mit fertig. Halt, 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 halt. Ich möchte dich nochmal befragen. Wo ist hier ein Telefon? Telefon zu mir. Los. Irgendwo muss es sein. Operator, gib mir Dispatch. Ja, jetzt. Los. Ran mit den Fakten. Und dann. Felt. Felt. One, two, four, seven. Wie kann ich helfen, Detective? Any Messages? Just one detective from the corner. Message ist, Felps, see me at Central Morgue immediately. Result of the Patterson Autopsy. Danke für Ihre Hilfe. Hätte ich dir sonst gesagt, wo du hinfahren sollst, du Dubel. Ist auch manchmal schwierig, mit solchen inkompetenten Leuten zusammenzuarbeiten. Weißt du, wo wir hinfahren? Nein, ich tue nur so. Wenn ich mir eine klare Anweisung gebe, sollte er ja eigentlich wissen, was er zu tun hat. Aber gut. Wir sind ja nicht nachtragend. Mein Kollege ist ja bestimmt noch lernfähig. Ansonsten können wir halt dafür sorgen, dass er wieder zur Streife zurückversetzt wird. Tja. Leichenschauhaus. Hinein, hinein. Ich wusste es. Ich wusste es doch. Ich hab's auch gewusst. Ab geht der Fisch. Los, Leute. Jetzt müssen wir die Olle aber hier verhaften. Das geht so nicht. Komm, komm, komm. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Und... Na, wohin wohl? Haben wir gerade drüber gesprochen, du Paddel. Ach. Nichts als virtuelle Grütze im Kopf, der Kerl. Also müssen wir da wieder hin. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Zicken macht. Es ist ja wohl ganz eindeutig. Eindeutig. Sie hatte ein Motiv. Sie hatte die Möglichkeit. Und sie hat es getan. Nur um sich der Lebensversicherung habhaft zu machen. Und sich mit ihrem neuen Lover vielleicht abzusetzen. Da hat sie die Rechnung aber ohne Cole Phelps gemacht. Denn der wird sie jetzt eindeutig das Mordus überführen. Und da bin ich ganz fest von überzeugt. Okay, Mädel. Gib auf. Du bist überführt. Du bist überführt. Du bist überführt, Frau Patterson. Du hast es gegründet, dass deine Schwester ist. Wir möchten, dass du nachher kommen und antworten kannst. Es war nicht ich. Es war Leroy's Idee. Leroy hat ihn verletzt. Ich habe nichts zu tun mit ihm. Wo ist Leroy jetzt? Er ist in der bedroom. Du bist sehr gut, Lorna. Lass die Beine runter. Leroy. Wenn du etwas schreckliches jetzt machen, dann hast du eine Chance in fronte der Gründer. Ich sehe dich, mein Lieber. All das wunderschöne in meine Augen, Oh. Phelps. Verdächtige Personen entkommen. So ein Mist. Verdammt. Den holen wir uns jetzt. Drecksack. Kann ich einfach weglaufen? Wo kommen wir denn dahin? Auf geht's. Komm. Los. Phelps. Verhafte den alten Schmierlappen. Das muss doch möglich sein. Also los. Auf geht's. Auf ein Neues. Ja, ja, ja. Ich erzähle hier keine Geschichten. Wir wissen schon Bescheid. Ja, typisch, ne? Ach, ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich hab nichts damit zu tun. Sieh, sieh, sieh. So sind sie heute. Ah. Und. Ab geht's. Los. Jetzt. Phelps. Gib Gas. Lauf. Wo läuft der Drecksack hin? Oh, der kann auch nicht weg sein. Oh, Phelps. Okay, bleib mal. Okay, bleib mal. Oh, der Trigger. How long do you think you can hold out? Ach, Geisel getötet. Das kann doch nicht sein. Ey, Leute, das ist doch nicht zu fassen. Geisel getötet. Was war denn das für eine Lusche? Also muss ich mir den vorher schnappen. Dem blase ich jetzt gleich das Hirn weg, dem alten. Ach, regt mich das wieder auf. Der hat gar keine Chance gehabt. Der wäre normalerweise gleich tot umgefallen nach dem ersten Treffer. Ja, und jetzt geht das wieder von vorne los. Ja, ja, ja. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Erzähl die Geschichte nochmal. Wir kennen sie noch nicht. Baby, das wissen wir schon. Das hast du uns schon zweimal erzählt. Und ich glaub dir immer noch nicht. Tja, John Wayne hätte ihm wahrscheinlich schon jetzt gleich eine Kugel zwischen die Augen gesetzt. Ja, weg mit euch, ihr Spackos. Vergesse es, Junge. Oh, Mädel. Oh, den hab ich doch schon erwischt. Kann er nicht sein. Oh, los, Ferbs, lauf. Das ist doch schon wieder eine Geisel, oder was? Ah, verdammt. Ja, ja. Ja, ja. Boah, Headshot. Tja, Junge. Du hast es nicht anders gewollt. Das nennt sie ja auch in your face. Tja. Wäre er lieb und artig mitgekommen, dann wäre er noch am Leben. Aber leider wollte er eine Kugel mitten in den Kopf und die haben wir ihm natürlich prompt geliefert. Da hat alle Überzeugungskraften nicht geholfen. Er wollte es nicht anders, Leute. Und so musste er leider sein virtuelles Leben auf dieser Straße, in dieser Gasse beenden. Tja. Manche sind halt unbelehrbar. Und in diesem Fall war es genauso. Tja, das hoffe ich natürlich. Auch, dass wir unsere gute Arbeit so weiter verfolgen. Und hier haben wir auch schon den Fallbericht. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Fahrzeugschaden. Ja, ganz ordentlich. Oh ja, sehr ordentlich. Sachschaden aus. Das war diese olle Verfolgungsjagd. Und dass wir auch hier rumgeschronzt haben. Okay. Aber das ist ganz okay. Ich kann mit dem Fallabschluss so leben. Ich denke ja auch. Und wir hatten ein bisschen Spaß. Eine kleine Verfolgungsjagd. Einen schönen Kopftreffer. Und da haben wir schon mal die Vorbereitung. Falsche Papiere auf unseren nächsten Fall. Und wir können hier schon mal ganz kurz reinschnuppern, was da passiert. Okay Leute, also wir haben einen neuen Fall. Aber ich beende das Ganze für heute. Wir sind schon fast bei einer Dreiviertelstunde angekommen. Und ich denke, für eine Folge L.A. Noire war das genug Action auf einmal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn es heißt, Let's play L.A. Noire. Ciao, euer Dirty Harry.